Ein junges Ehepaar zog in eine neue Nachbarschaft. Am nächsten Morgen, sie waren gerade beim Frühstück, beobachtete die junge Frau, wie ihre Nachbarin die Wäsche im Garten aufhing. Pah, ihre Wäsche ist ja nicht besonders sauber, sagte die junge Frau. Offensichtlich weiß sie überhaupt nicht, wie man Wäsche richtig wäscht und auf jeden Fall braucht sie ein besseres Waschmittel. Ihr Ehemann sah sie an, verkniff sich aber einen Kommentar. Diese Szene wiederholte sich jedes Mal, wenn die Nachbarin ihre Wäsche gewaschen hatte und sie im Garten aufhängte. Die junge Ehefrau hatte einfach immer irgendwas daran auszusetzen. Und sie wurde auch nicht müde, die Wäsche ihrer Nachbarin immer fort zu kommentieren. Nach ungefähr einem Monat war die junge Frau sehr überrascht. Sie saßen wieder am Frühstückstisch. Die Nachbarin kam in den Garten, um ihre Wäsche aufzuhängen. Aber die Wäsche war blitzsauber. Total überrascht blickte sie ihren Mann an und sagte, Schau mal, endlich hat sie gelernt, wie man Wäsche richtig wäscht. Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat. Da grinste ihr Mann nur und sagte, Ich war heute Morgen ziemlich früh wach und habe die Zeit genutzt, um unsere Küchenfenster zu putzen. Was wir in anderen sehen, hängt im Wesentlichen davon ab, wie sauber die Fensterscheiben sind, durch die wir blicken. Bevor wir also anfangen, andere zu bewerten, ist es immer ratsam, unser eigenes Befinden, unsere Überzeugungen und unsere Laune in diesem Moment zu überprüfen. Wir müssen uns fragen, ob wir bereit sind, das Gute in jemanden zu sehen, als immer nur nach etwas zu suchen, was wir an der anderen Person be- und abwerten können. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Ich habe es vor ein paar Monaten schon mal erwähnt. Alles, was du brauchst, um inneren Frieden zu haben und glücklich zu sein, liegt schon in dir. Und ab heute erfährst du Stück für Stück, wie du das in dir finden kannst. In den ersten beiden Staffeln haben wir uns unter anderem viel mit Intuition beschäftigt und die wirst du jetzt brauchen. Denn ab heute geht es viel um Individualität und darum, wie du herausfinden kannst, was von Natur aus deine Stärken sind und wie du das, was dir von Natur aus vielleicht nicht so liegt, mit genau diesen Stärken ausgleichen kannst. Also, fangen wir an und finden heraus, welcher Körpertyp du bist. Die drei Elemente, nach denen das Ayurveda alles einteilt, habe ich dir in der letzten Folge schon erklärt. Und es ist tatsächlich so, dass man im Ayurveda davon ausgeht, dass jeder Mensch diese drei Elemente in sich trägt. Jeder. Aber nie zu gleichen Teilen. Und das ist das, was jeden von uns individuell macht und manchmal auch dazu führt, dass wir so verschieden sind und nicht so richtig nachvollziehen können, was andere tun, sagen oder wie sie leben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum du manche Sachen so viel besser kannst als andere und warum du manche Dinge einfach so viel schlechter abkannst als andere. Aber genug um den heißen Brei drum herum geredet, kommen wir zu den unterschiedlichen Typen und schauen wir mal, ob du dich und vielleicht auch die eine oder andere Person aus deinem Umfeld darin wiederfinden kannst. Der erste Typ ist der Lufttyp. Du erkennst ihn daran, dass er sehr, sehr zierlich wirkt, fast gebrechlich und zwar alles an ihm. Also Lufttypen sind super, super schlank und eigentlich sind sie nicht nur schlank, sondern sie wirken wirklich sehr, sehr feingliedrig. Oftmals sind sie entweder sehr, sehr groß oder sehr, sehr klein und fast immer haben sie ganz schmale Schultern. Lufttypen haben grundsätzlich Probleme mit ihrem Gewicht und zwar damit, ihr Gewicht zu halten beziehungsweise damit, nicht ständig immer noch weiter abzunehmen. Oftmals kann man bei ihnen die Adern sehr, sehr gut sehen, weil Lufttypen zart beseitet sind und auch eine dünne Haut haben. Wenn Lufttypen sich anstrengen und schwitzen, schwitzen sie im Vergleich zu den anderen beiden Körpertypen sehr wenig und sie haben eigentlich auch einen fast nicht wahrnehmbaren Körpergeruch. Ihr Appetit ist eher so lala. Lufttypen können sehr, sehr guten Appetit haben oder gar keinen Appetit. Das ist das Markante beim Lufttypen. Alles schwankt die ganze Zeit. Und apropos schwanken, auch der Kreislauf ist beim Lufttypen in der Regel eher unstabil. Also Lufttypen kriegen ziemlich schnell mit ihrem Kreislauf Probleme, wenn sie nicht genug essen, wenn sie schlecht geschlafen haben, wenn sie gestresst sind. Lufttypen können ein Lied davon singen, wie das ist, in Ohnmacht zu fallen. Außerdem sind sie in der Regel ziemlich anfällig für Verdauungsbeschwerden. Wenn der Lufttyp Stress bekommt, reagiert er ganz, ganz schnell mit Durchfall oder Verstopfung oder Blähungen. wettermäßig gibt es etwas, was der Lufttyp überhaupt nicht mag und zwar kalten, scharfen Wind. So wie man das im Winter einfach kennt. Und was das Ein- und Durchschlafen angeht, ist der Lufttyp der Typ von den dreien, der da am empfindlichsten ist und ja, häufig die meisten Probleme hat, gut zu schlafen. Aus psychologischer Sicht sind Lufttypen schnelle, lebhafte Geister und meistens ziemlich gesprächig. Wenn sie etwas Neues finden, was sie interessiert, fangen sie ganz, ganz schnell damit an, sind sehr begeisterungsfähig, hören aber auch ganz schnell wieder auf. Denn sie haben ständig wechselnde Interessen. Sie sind unglaublich aufnahmefähig, haben aber eine schlechte Erinnerung. Das hat damit zu tun, dass Lufttypen wirklich, wirklich begeisterungsfähig sind, sich mit unfassbar vielen Sachen gleichzeitig beschäftigen können, aber das Gedächtnis dann eben oftmals nicht hinterherkommt bei dieser Flut an Informationen. Lufttypen sind in der Regel eher ängstliche und vor allem sehr, sehr vorsichtige Menschen, die nicht besonders gern Entscheidungen treffen. Das hat damit zu tun, dass sie immer so viele Möglichkeiten vor sich sehen und ein bisschen Angst haben, dass wenn sie sich für eine Sache entscheiden, sie tausend andere tolle Sachen verpassen. Da sie so viele unterschiedliche Eindrücke wahrnehmen und aufnehmen und verarbeiten können an einer so hohen Geschwindigkeit, sind Lufttypen in der Regel die kreativsten Typen von den dreien. Und sie sind sehr, sehr anpassungsfähig. Lufttypen haben in der Regel von allen drei Körpertypen die wenigsten Schwierigkeiten mit Veränderung und damit sich in einer neuen Situation zu orientieren. Obwohl sie von allen drei Körpertypen die empfindlichsten sind, haben Lufttypen ironischerweise die größte Tendenz von diesen drei Körpertypen sich zu überarbeiten. Das ist ungefähr das, was ich vorhin über die Entscheidungsfindung schon gesagt habe. Lufttypen sehen so viele Möglichkeiten, wollen so viel machen, und ausprobieren und sind eben auch voll dabei, wenn sie begeistert sind von irgendwas, dass sie dann ganz schnell vergessen, dass sie ihre Energie, ihren Akku auch aufladen müssen. Und unglücklicherweise sind es auch die Lufttypen, die Überarbeitung und Stress ziemlich schnell zu spüren bekommen. Bei Erdtypen ist das zum Beispiel ganz anders. So ein Erdtypen, bevor den irgendwas umwirft, da muss einiges passieren. Erdtypen sind wie jahrhundertealte Bäume, die fest im Boden verankert sind und die auch der größte Sturm nicht entwurzeln kann. Das heißt, bis dieser Körpertyp merkt, dass er sich überarbeitet, kann das ziemlich, ziemlich lange dauern und es braucht auch wirklich massive Beschwerden, damit er überhaupt wahrnimmt, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Und beim Lufttypen ist es eben das Gegenteil. Der Lufttyp braucht eigentlich nur Kleinigkeiten und wird dann körperlich und seelisch ganz schnell aus der Bahn geworfen. Kommen wir zum Feuertypen. Ich bezeichne ihn immer so ein bisschen als den Mittelweg zwischen den beiden anderen, aber ayurvedisch betrachtet ist es naja nicht so korrekt. Feuertypen sind in der Regel mittelgroß, also das heißt, sie fallen nicht auf, sie sind nicht außergewöhnlich groß und auch nicht außergewöhnlich klein, sondern einfach der Durchschnitt. Sie sind meistens normalgewichtig, aber sie haben ein sehr sportliches Erscheinungsbild. Das ist der große Unterschied zum Lufttypen. Beide sind schlank, aber wo der Lufttyp sehr gebrechlich und zierlich wirkt, wirkt der Feuertyp eher sehr vor Kraft strotzend und muskulös und sehr vital. Denn der Feuertyp hat einen sehr schnellen Muskelaufbau und er hat von Natur aus, selbst wenn er keinen Sport macht, im Vergleich zu den anderen beiden Körpertypen mehr Muskelmasse. Ein weiterer Hinweis darauf, dass du ein Feuertyp sein könntest, sind Sommersprossen, frühes Ergrauen oder frühes Verlieren der Haare und scharfe Gesichtskonturen. Scharf im Sinne von sehr definiert. Häufig haben Feuertypen eine Tendenz zu Akne und empfindliches Zahnfleisch, was schnell anfängt zu bluten. Wenn man die Schweißbildung und die Geruchsbildung bei Aktivität vergleicht mit der des Lufttypen, dann kann man sagen, dass der Feuertyp relativ viel schwitzt und auch, dass er einen markanten Körpergeruch hat. Der Feuertyp hat von allen drei Körpertypen die beste Verdauung und meistens einen sehr guten und starken Appetit. Und während sich der Lufttyp vor kaltem schneidendem Wind ekelt, mag der Feuertyp keine Hitze. Das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Psychologisch betrachtet sind Feuertypen sehr, sehr zielgerichtete und motivierte Menschen. Sie lieben Herausforderungen und was sie noch mehr lieben sind Siege. Denn mit Niederlagen kann der Feuertyp nicht besonders gut. Feuertypen sind leidenschaftliche Menschen, die manchmal auch ein bisschen dominant sein können. Sie können unfassbar gut diskutieren und sehr, sehr überzeugend sein. Sie sind impulsiv, manchmal schnell beleidigt und auch schnell auf 180, aber dafür dann auch ganz schnell wieder auf Null und wenn so ein Feuertyp sich so richtig aufgeregt hat, geplatzt ist quasi, dann kann man ganz oft erleben, dass wenn er wieder runter kommt, er dann auch ein bisschen emotional wird. Feuertypen können sehr, sehr nachtragende Menschen sein, das kann sogar bis zur Rachsucht gehen und manchmal wenn sie sich nicht verstanden oder angegriffen fühlen und das passiert dem Feuertypen viel, viel schneller als dem Luft- oder dem Erdtypen dann können sie auch ein bisschen gemein werden. Feuertypen sind in der Regel sehr, sehr willensstark und sie diskutieren gern. Und gut. Sie sind häufig sehr intelligente Menschen, haben aber dennoch Probleme, andere Standpunkte zu verstehen und zu akzeptieren. Das hat damit zu tun, dass die meisten wissen, dass sie sehr intelligent sind, dass sie auch wissen, dass sie gut und überzeugend diskutieren können und wenn sie sich dann die Zeit genommen haben, die ihren Standpunkt zu erklären und quasi stichhaltig darzulegen, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass sie jetzt recht haben mit dem, was sie gesagt haben und du willst es immer noch nicht einsehen, dann ist der Feuertyp einfach mega frustriert, weil er hier sein Ziel dich zu überzeugen nicht erreicht hat und wie gerade schon gesagt Feuertypen mögen keine Niederlagen. Der Feuertyp ist genau wie der Lufttyp sehr begeisterungsfähig aber es gibt einen riesengroßen Unterschied. Der Feuertyp ist nicht ganz so wahllos wie der Lufttyp. Der Lufttyp ist super schnell inspiriert, er ist sehr kreativ. Der Feuertyp ist schlau, aber er wählt sich auch aus, welchen Dingen er sich widmen will und stürzt sich dann mit voller Kraft und Motivation in diese Dinge und lässt alles andere erstmal außen vor. Deswegen fällt es dem Feuertypen auch leichter, sich an Dinge zu erinnern, einfach weil die Informationsflut nicht den gleichen riesigen Umfang hat, wie es beim Lufttypen der Fall ist. Leidenschaft, Hingabe, Impulsivität und sehr sehr viel Ehrgeiz liegen in allem, was der Feuertyp macht. Und deswegen kann es manchmal passieren, dass er im Eifer des Gefechts nicht ganz so einfühlsam ist mit den Bedürfnissen seines Umfelds oder wenn er gerade so richtig in Fahrt ist, diese Bedürfnisse einfach überrollt, sozusagen. Last but not least kommen wir zu den Erdtypen. Erdtypen haben einen sehr kräftigen, sehr weichen Körperbau. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir ja in der Zeit leben, in der das im Trend ist, wenn man aussieht wie ein Hungerhaken. Erdtypen sind von Natur aus nicht fett. Es ist eher so, wie wenn du dir eine wirklich weibliche schöne Frau vorstellst. Sie haben einen weicheren Körperbau. Es sind mehr Rundungen vorhanden, aber normalerweise, wenn der Erdtyp im Gleichgewicht ist und du schaust ihn dir an, wirst du nicht denken, der ist total aus dem Leim gegangen oder sowas. Erdtypen haben es von Natur aus am schwierigsten von allen drei Körpertypen Gewicht zu verlieren. Und wenn sie im Ungleichgewicht sind, dann kann das schnell passieren, dass sie Diäten und Diäten und Diäten machen und trotzdem das Gefühl haben, dass sie immer noch zunehmen, aber auf jeden Fall nicht abnehmen. Alles bei ihnen ist groß. Die Augen, geschmückt mit schönen langen Wimpern, der Mund, der wunderbar weich und schön geformt ist. Diese Weichheit zieht sich einfach nicht nur durch den Körperbau, sondern so wie man die Feinheit im Gesicht des Lufttypen findet, so wie man diese Schärfe, diese scharfen Konturen beim Feuertypen findet, so findet man eben diese Weichheit, die von uns oft als etwas sehr, sehr schönes empfunden wird, im Gesicht des Erdtypen. Erdtypen haben auch oft eine sehr angenehme Stimme und viele von ihnen sind wirklich gute Sänger. Die Körperbehaarung ist stärker bei den Erdtypen als bei den anderen weiten Körpertypen. Die Schweißproduktion eher durchschnittlich und ihr Geruch ist, sie haben den Körpergeruch, sie haben den Eigengeruch der ist ein bisschen besser wahrnehmbar als beim Lufttypen und nicht ganz so markant wie beim Feuertypen. Da, wo der Lufttyp Schwierigkeiten mit seinem Appetit hat, weil er meistens zu stark oder nicht vorhanden ist, muss sich der Erdtyp keine Sorgen machen, denn sein Appetit ist konstant, aber auch eher konstant niedrig. Und auch was den Kreislauf angeht, ist der Erdtyp dem Lufttypen gegenüber definitiv im Vorteil. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Den Erdtypen wirft so schnell einfach nichts aus der Bahn. Deswegen ist er auch nicht so kälteempfindlich wie der Lufttyp zum Beispiel. Erdtypen frieren sehr, sehr viel seltener und vor allem nicht so schnell. Psychologisch betrachtet würde ich sagen, das Motto des Erdtypen lautet in der Ruhe liegt die Kraft. Sie sind sehr ausgeglichene Menschen, ruhig und eigentlich durch fast gar nichts aus der Fassung zu bringen. Sie sind nicht so reaktiv wie der Feuer oder der Lufttyp, also bis der Erdtyp irgendwas Neues anfängt, kann das schon ganz schön lange dauern. Von der Idee über die Entscheidungsfindung bis es dann wirklich losgeht. Aber wenn der Erdtyp einmal angefangen hat mit irgendwas, dann zieht er das in der Regel auch durch. Und zwar ganz gelassen. Wettermäßig steht der Erdtyp eher auf Trockenheit und Wind, das hält ihn nämlich ein bisschen in Bewegung und er hasst klassisches Herbstwetter zum Beispiel. Weißt du, wenn es draußen so dunkel und so bisschen feuchtlich und vom Gefühl her so bisschen schweres Wetter ist, das ist was, womit der Erdtyp nicht besonders gut kann. Weil er in sich schon sehr ruhig und sehr gelassen und manchmal schon fast ein bisschen behäbig ist und er hat einfach das Gefühl, wenn der Herbst kommt, wenn alles feucht und kühl und grau und eingematscht ist, dass das seinen Körper noch schwerer macht. Und apropos schwer, der Erdtyp hat in der Regel keine Schlafprobleme. Denn wenn er sich hinlegt und einmal eingeschlafen ist, kannst du theoretisch eine Bohrmaschine neben ihm anwerfen und er wird nicht aufwachen. Die Schwierigkeit kommt für den Erdtypen mit dem Morgen und dem Aufstehen. Denn wo der Lufttyp und der Feuertyp aus dem Bett hüpfen und fit sind und sich den neuen Dingen widmen wollen, hat der Erdtyp in der Regel leichte Anlaufschwierigkeiten. Er fühlt sich schwer, wenn er aufwacht. Naja, und er quält sich eher ein bisschen aus dem Bett. Er ist auch weniger kommunikativ als die anderen beiden Körpertypen. Stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Das hat damit zu tun, dass der Erdtyp von Natur aus nicht automatisch Notiz von Dingen nimmt, so wie der Lufttyp, der das sehr gut kann, oder auch der Feuertyp, sofern er eine Challenge sieht, die es wert ist, angegangen zu werden. Der Erdtyp ist super super selektiv, weil er in sich ruht. Das heißt, erst mal zieht alles vorbei, ab und zu wählt er sich dann was aus, was ihn interessiert und wo er dann auch konstant dabei bleibt. Aber so angeheizte Diskussionen, wie Luft- und Feuertypen sie führen können, die sind nicht so interessant für den Erdtypen. Er ist einfach zu gechillt dazu. Und wenn du eine Diskussionsrunde hast und du hast einen Erdtypen darin sitzen, dann wirst du das ganz häufig erleben, dass er sich das alles in Ruhe anhört, was die anderen sozusagen haben, das dann überdenkt, sich zurücklehnt, noch einen Schluck von seinem Kaffee trinkt ja und sich einfach nicht äußert. Es sei denn, er wird gefragt und wenn du ihn fragst, dann wirst du eine ziemlich präzise, ziemlich kurze Antwort bekommen. Deswegen haben wir manchmal den Eindruck, dass Erdtypen begriffstutzig sind und ja, manchmal sind sie das auch. Wie gesagt, Erdtypen befassen sich nicht mit allem möglichen Zeugs, was sie umgibt, sondern sie warten eher darauf, dass sie gefragt oder angesprochen werden und dass sie ein bisschen mit der Nase in die Dinge gestoßen werden, mit denen sie sich beschäftigen sollen. Dafür sind die Erdtypen aber auch extrem geduldige Menschen. Sie sind emotional bis romantisch und sie haben ein ganz, ganz warmes Herz. Ich persönlich nenne das immer die Mutti-Energie. Wenn dir ein Erdtyp begegnet, wirst du ganz häufig das Gefühl haben, dass dir jemand mit einem ganz großen warmen Herz gegenüber steht, der es einfach mag, sich um andere zu kümmern und sie zu bemuttern ein bisschen und der einfach so sanftmütig ist, dass er keiner Fliege was zu leide tun würde. So, und weil der Erdtyp so selektiv ist mit den Dingen, mit denen er sich beschäftigt, hat er auch ein verdammt gutes Gedächtnis. Logisch, sein Geist muss nicht tausend unterschiedliche Eindrücke und Ideen verarbeiten wie der des Lufttyps und durch seine Besonnenheit verliert sich der Erdtyp in der Regel auch nicht in Rage, sodass dann das System seine ganze Energie in Wut und Wut Ausbrüche steckt, wie das beim Feuertypen hin und wieder der Fall sein Im Gegenteil, der Erdtyp hat tendenziell eher Probleme damit, das zum Ausdruck zu bringen, wenn er richtig sauer ist. Auf jeden Fall hat er ein sehr gutes Gedächtnis, weil er eben so gut sortiert, womit er sich überhaupt beschäftigen will. Erdtypen sind sehr sehr loyale, manchmal auch bisschen sentimentale und tendenziell eher konservative Menschen. konservativ nicht im Sinne von politisch, sondern im Sinne von Erdtypen, naja, Erdtypen Hassenveränderung. Sie sind Familienmenschen, sie haben ein ganz freundliches Wesen, aber sie sind halt nicht so offen für Neues. Und da sie alle Entscheidungen gut durchdenken, das können sie ja auch, weil sie sich ja nicht mit so viel beschäftigen, wie der Luft- oder der Feuertyp, sieht man bei ihnen auch selten Impulshandlungen. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass Erdtypen tendenziell eher nicht so spontan sind. Und da sie ja so kritisch darauf schauen, womit sie sich überhaupt beschäftigen, welchen Menschen sie sich widmen und wen sie in ihr Leben lassen und da sie ja Veränderungen wirklich nicht besonders mögen, können sie manchmal auch ein bisschen besitzergreifend sein. Denn wenn sie sich mal für etwas oder jemanden entschieden haben, dann lassen sie das sehr ungern wieder los. Wichtig für dich, wenn du dich einordnen willst und jetzt dabei bist zu entscheiden, zu welchem Körpertypen du tendierst, ist, dass die Eigenschaften schon einen ziemlich großen Teil deines Lebens auf dich zutreffen sollten. Auch Erdtypen können mal wirklich schlecht schlafen, wenn sie seit zwei Wochen Stress und Existenzängste haben. Deswegen werden sie nicht zum Lufttypen. Also, wenn du ein Lied davon singen kannst, dass die kleinste Kleinigkeit ausreicht, um deinen Nachtschlaf zu stören oder dich nicht einschlafen zu lassen und das schon seit du denken kannst, dann bist du wahrscheinlich ein Lufttyp. Wenn du sportbegeistert bist und dir immer wieder Herausforderungen suchst und dass dann für dich das Wichtigste ist, diese Herausforderungen zu meistern, wenn du impulsiv bist, wenn du manchmal ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, deine Wut im Griff zu haben, wenn dich irgendwas ärgert, dann bist du wahrscheinlich ein Feuertyp. und wenn du eher der gelassene Typ bist, den nix so schnell anhebt, der einfach gerne sich um andere kümmert, wenn du alles in Ruhe angehst, dann bist du wahrscheinlich der Erdtyp. Und jetzt kommt der Clou. Die meisten Menschen haben nicht nur ein Element dominant in ihrem Körper, sondern zwei. Es gibt reine Erdtypen, Feuertypen, Lufttypen, es gibt auch Körpertypen, wo alle drei Elemente gleich verteilt sind, aber bei den meisten Menschen gibt es zwei Elemente, die ein bisschen mehr vertreten sind, als das dritte Element im Körper. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade in meiner Beschreibung bei zwei Körpertypen wieder gefunden hast und es nur eingegeben hat, wo du dann ist alles okay. Dann weißt du jetzt, welche zwei Elemente deine Hauptmischung ergeben und du hast vielleicht auch die ein oder andere Person in deinem Umfeld in dieser Beschreibung wieder gefunden und dir gedacht, okay, alles klar, jetzt verstehe ich einiges. Also, ich hoffe, das war nicht zu trocken für dich in dieser Folge, ich hoffe, du hattest Spaß und ich habe jetzt das Mantra der Woche. Jedem Tierchen sein Pläsirchen Dir dämmert also wahrscheinlich, warum wir manchmal so unterschiedlich ticken, warum wir Menschen öfter Missverständnisse haben, warum beim Thema Lebensgestaltung und Gesundheit nie nur diese eine Lösung für alle existieren kann. Unsere Welt, die Natur, lebt von Unterschieden, denn wären wir alle Erdtypen, wären wir alle super gechillt, unsere Welt wäre wahrscheinlich ziemlich friedlich, aber es würde auch nichts vorwärts gehen. Wären wir alle Feuertypen, hätten wir uns wahrscheinlich super schnell entwickelt, aber in einem impulsiven Moment uns vielleicht auch alle schon gegenseitig totgeschlagen. Und würde unsere Gesellschaft nur aus Lufttypen bestehen, dann wäre alles um uns herum wahrscheinlich ganz, ganz bunt und wunderschön kreativ gestaltet, aber würden auch alle durch die Gegend laufen wie aufgescheuchte Hühner und deshalb so gar nicht zu Potte kommen, denn alles wäre ein bisschen chaotisch. Ich denke, bis hierhin war das erstmal genug Informationen für heute. Mach dir keine Sorgen, für die Elemente bekommt man ein Bauchgefühl. Das ist nichts, was du stur auswendig wissen musst oder so. Es geht ja nur darum, dass du dich selber besser einordnen kannst. Und wenn du das mit anderen in deinem Umfeld kannst, ist das natürlich interessant und umso besser. Wir kommen in vielen, vielen Folgen noch öfter auf die Elemente zurück und ich denke, das Bild für jedes einzelne Element, für jeden Körpertyp wird sich dann automatisch schärfen. Falls du von Burnout Coaching Berlin noch mehr sehen willst und nicht bis zur nächsten Folge warten möchtest, dann schau doch mal bei mir auf Instagram vorbei. Du findest mich unter Burnout unterstrich Coaching unterstrich Berlin. Ich hab's dir auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Episode verlinkt. Auf Instagram findest du natürlich viele bunte Bildchen von mir und jede Woche sonntags oder montags gibt's einen Spruch der Woche sozusagen, der dich begleiten soll. Also, ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim dich selbst analysieren, beim analysieren deines Umfelds und ja, vielleicht sehen wir uns ja gleich auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Deine Susi Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020